Hey, Alter! Was geht nicht mal? Willkommen zu einem Video! Hä? Wo steh ich hier, Lumex? Wo bin ich hier? Ich steh im Rechtssicht! Du musst dich hinlegen, Bro! Ich leg mich hin, ich leg mich hin, ich leg mich hin! Ah, ich muss mich wieder hinlegen! Nein! Was ist das hier? Hier kommt immer eine Wand und da ist ein Löcher drin! Hä? Junge, du hast das genommen! Wie krass ist das hier? Wer ist jetzt dran? Ich glaub, vielleicht bist du auch dran, Lumex, guck mal! Ich glaub, ich bin auch gleich dran, Bro! Oh Mann! Die muss da vorne reinspringen! Wie soll die das denn schaffen? Das ist richtig schwer! Junge! Schafft die das? Komm schon! Und? Die hat's geschafft! Was? Wir sind über Profis! Wie konnte ich das erste wie ganz direkt fehlen? Ich versteh's nicht! Was geht dir ab? Ja, du bist dran! Der ist ja voll einfach bei dir! Ich glaub, ich muss mich hinsetzen! Schaffst du das? Ja! Ich hab's geschafft! Was passiert hier? Das ist so ein Verletzt, Chefs! Wie kann das sein? Ah! Ey, das ist voll das schwierige Spiel! Jetzt kommen Teamrunden! Oh, jetzt muss man als Team punkten! Wer schafft hier mehr Punkte? Oh, oh! Team Rot ist dran! Okay, welches Team sind wir denn? Ich muss da so Emotes machen, sich hinlegen, hinwerfen! Guck mal, die müssen das zu dritt schaffen hier! Das wird doch richtig schwer! Schaffen die das? Der bleibt da stehen! Oh, Bro, guck mal, kannst du auch noch Handstand machen? Mach mal einen Handstand, Bro! So wie ich! Handstand! Ja! Und man kann sich auch hinsetzen! Man kann auch tauchen! Oder sich hinlegen! Oh, guck, Achtung! Bam! Oh! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Oh nein! Ich hoffe, du verlierst, Bro! Ja! Wie schön ist das denn? Ich muss in die Mitte... Du musst dann durchspringen, Bro! Ich muss in die Mitte... Ich muss in die Mitte... So, und dann... Tauchen! Let's go! Ah! Du hast es nicht geschafft! Schon wieder nicht! Ey! Aber guck mal, was für schwere Level ich kriege! Das ist übel unfair! Junge, okay, waren wir nicht wieder dran! Ich will auch jetzt schon... Er kann es auf jeden Zentimeter an! Das ist so gemein! Bist du dran? Oh! Let's go! Was kommt jetzt? Äh! Äh! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist 7, Bro! Ich hab 7, ja! 7, 7, 7, 7, hinsetzen bei 7! Und? Ja! Oha! Geschäft! Ey, Junge, jetzt kam es gerade voll drauf an, mein Kopf... Digga, es hat mir gerade voll schwer gefallen, gerade zu rechnen, Bro! Rückwärts durch Geschäft! Ich dachte, was ist... Was ist 56 durch 8, Leute? Aber 7 natürlich, hä? Okay, jetzt ist Team Rot wieder dran! Ja, normal, du, Max! Mathe ist Mathe! Mathe ist Mathe, ja! Ja! Was ist jetzt? Scrambling-Teams? Oh-oh! Jetzt kommt... Oh-oh! Wieder Solo-Runden! Let's go! Ey, ich mach so lange einen Handstand, Bro! Ich mach auch einen Handstand! Los! Ja! Ich bin dran! Ja! Ja! Was hast du, Bro? Ah! Was ist das? Das ist ein Klavier! Wie soll ich denn da durchkommen? Das verstehe ich ja gar nicht! Ey, Handstand zur Seite! Handstand zur Seite! Nein! Oh, Mann! Guck mal, du hättest so machen müssen! So, die, Bro! Ja, aber ich muss mich perfekt dazwischenstellen! Guck mal, wie... Ja, jetzt bin ich durchgekommen! Ach, Mann, ey! Ich war ja spiel so lange gespielt, bis ich jetzt schaff! Ich bin dran! Hör! Ich bin dran, Bro! Ich glaub nicht, du, Max! Ich glaub nicht, du, Max! Komm schon! Oh, äh... Warte, äh... Handstand! Das sieht sehr schwierig gerade für dich aus! Nein, nein, du musst... Guck mal, du kriegst so einfach ein Level! Du musst einfach nur stehen bleiben! Ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Ja, guck mal, das ist perfekt in der Mitte! Bei mir ist er immer an der Seite oder so! Ey, das ist so gemein, Leute! Ich hab' nicht so nix lassen, wenn du einfach doof bist, Bro! Ich bin nicht doof! Das Spiel ist schwer! Die machen mir das extra schwer! Ich guck jetzt in den Laden! Bestimmt kann ich irgendwas kaufen für mich! Boi! Komm schon! Man kann sich auch Rahmen kaufen! Hä, was kann man sich kaufen? Äh, gar nix, gar nix, gar nix! Hä? Ey, ich kaufe natürlich einen Plauen, Leute! Man kann sich auch so Skins holen, Mauern! Aber das sind voll einfache Mauern dann! Wenn das kommt, dann überlebe ich das locker! Wenn das hier kommt in der Mitte... Oh, 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 schau mal! Okay, okay, ich verstehe! Und hier... Boah, so ein Hai kann man sich kaufen zum Beispiel! Okay, kann man sich noch Skins holen? Oh, Team Rot ist wieder ein Eigenband! Team Rot! Ah! Ey, was ist das denn schon? Bro, du musst durch dein Flugzeug durch, Bro! Ich tauche da durch! Ich tauche da durch! Ich tauche da! Ich bin am tauchen! Ja! Au! Wieso schaffe ich das nicht? Ja, komm, beweist du dich! Ey, Bro, lass mal... Lass mal jetzt eins, wir müssen das eins machen, wir beide gegeneinander die ganze Zeit! Ich will noch einmal sehen, wie du das im Team schaffst! Komm schon, Lumix! Du wirst verlieren! Okay, warte, ja, ich zeig dir noch einmal hier! Ja, du hast das gleiche Weg! Jetzt zeig ich dir, wie man das macht, Bro! Du hast genau eins, du hast das gleiche Weg! Niemals schaffst du das Lumix! Niemals! Komm schon! Yeah! Ich bin perfekt durchgesprungen, Bro! Siehst du, Lumix, siehst du? Das Spiel ist schwer, Lumix! Ja, komm, wir machen jetzt eins gegen eins! Oh, 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 was passiert hier jetzt schon wieder? Was passiert hier? So, jetzt ist... Was steht da? Äh, das ist zufällig! Nein, Apfel, wo ist der Apfel, wo ist der Apfel? Du musst du merken, wo der Apfel war! Wo war der Apfel, Bro? Keine Ahnung, Bro! Ah, Banane! Du bist so dumm, Alter! Ich wusste nicht, was hier passieren wird! Ey, Mann, wo war denn die... Jürgen, du musstest nur merken, wo der Apfel ist, Bro! Das war nicht einfach, Lumix! Ja, mach du das jetzt! Mach du das jetzt! Das ist gut bei dir! Bro, du bist ja richtig schlecht! Also, das ist ja wirklich unglaublich! Wie willst du das denn schaffen? Wie willst du das denn schaffen? Das geht gar nicht! Ich glaube, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie! Achtung! Und? Bam! Nein! Hast du das gesehen, Bro? Nein! Den hier habe ich gemacht, Junge! Nein! Ja! Ah! Oh Gott, Junge! Okay, ich bin wieder dran. Du wirst sehen, Lumix Teamrunden. Mein Team wird gewinnen gegen dein Team. So! Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm... Das ist einfach, Alter. Das ist... Endlich, da kriege ich ein einfaches Level, was ich schaffen kann! Endlich habe ich es geschafft, Roblox! Endlich habe ich es geschafft, Roblox! Ja! Endlich! Ich habe es das erste Mal geschafft! Hahaha, Junge, 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 Junge! Ah! Endlich, Lumix! Ich bin Profi in dem Spiel! Ich bin noch ein Bro! Oh, oh! Okay, okay! Was kriegst du jetzt? Oh, Lumix! Das ist sehr schwierig! Das ist sehr schwierig, Lumix! Das ist nichts für Anf... Hä? Ja! Nein! Ich hätte seitlich hochspringen müssen, nicht so! Aber wie denn? Guck mal, ich hätte das so machen müssen! Ich hätte einfach nur so springen müssen, so seitlich! Ja, stimmt, stimmt! Einfach so, ja, ja, stimmt! Ja! Ich habe gewonnen! Ne, Gleichstein, Gleichstein! Nein, das ist Gleichstein, Bro! Gleichstein! Beide haben 10 Punkte gemacht! Okay, okay, okay! Aber bis jetzt bin ich besser im Spiel, merke ich gerade! Du musst auch ein bisschen... Ich bin dran! Nein! Ja! Ich bin wieder! Irgendwas schwieriges, bitte! Bitte, bitte, komm schon! Oh, ja! Ich krieg mir einfache Sachen, Lumix! Digger, Bro! Guck mal, du musst oben in die Eule rein! Ich bin durch die Augen! Warte, aber das Holz berührt mich ja nicht, oder? Ja! Digger, er bekommt das Einfachste Level! Er bekommt halt das Einfachste Level! Ich bin halt besser als du geworden, Lumix! Bis jetzt hier habe ich auf uns aber mehr Punkte als du! Junge, er bekommt halt wirklich das Einfachste Level! Kann schon, kann schon, kann schon! Bitte, bitte, das Allgemein ziehen! Bitte, bitte, bitte! Und... Oh, Lumix! Das ist einfach! Das ist einfach! Das ist nicht... Ja, okay, das ist in der Mitte! Deswegen ist es einfach! Guck, 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 guck! Und... Bam! Ja... Was ist in der Mitte? Ganz, ganz easy, Junge! Man, ich muss an mir gewinnen mit den Teams! Ganz easy, Alter! So ein Ding ist das! Und... Das darf doch nicht wahr sein Teamrunden! Bam! Teamrunden! Ähm... So, was hast du? Ja! Das schaffe ich nie im Leben! Das schaffe ich nie im Leben! Du hast es genommen! Du hast es genommen, Alfa! Nein, die Knappe! Ja, du hast es echt geschafft! Ey, Mann, ey! Was ist für ein schwieriges Spiel! Ich bin ja da einfach ein Fidget Spinner! Es ist ehrenlos! Ich hoffe, du kriegst ihn gleich auch auf den Fidget Spinner! Was hab ich? Was hab ich? Bitte! Oh, das sieht auch schwieriger aus! Ey, das ist schwer! Das ist schwer! Das ist schwer! Du musst dich erstmal da hinstellen! Und dann musst du noch da durch! Ähm... Nein! Nein! Oh, ich hab was geschafft! Ich hab echt auch gedacht, ich schaff's, Bro! Bro! Äh, 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 äh! Oh, mein Gott, Alfa! Oh, Mann! Das Spiel ist echt nicht einfach nur... Okay, ich bin dran! Bitte, bitte was Gutes! Bitte! Oh, wieder Gleichstand! Wieder Gleichstand! Das darf doch nicht wahr sein! Okay, komm jetzt aber! So, was passiert jetzt mit den Teams? Solo-Runden wieder! Okay! Ich bin dran! Hey, du bist dran! Ja, das ist alles! Ich bin dran! Über mit dir! Ich dachte, ich bin! So, komm! Oh, oh, oh! Warte, 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 warte! Darüber hast du bei mir gelacht, glaube ich! Das schaffst du jetzt niemals! Oder? Oh! Ja! Hey! In einer Sekunde, Alter! Das war wirklich knapp, Bro! Respekt! In der letzten Sekunde, Alter! Okay! Das ist okay, aber das ist okay! Bitte, riech auch was Einfaches! Komm schon, bitte, bitte, bitte! Nee, du verlierst jetzt, Bro! Ja! Mann, das ist ehrenlos! Let's go, Bro! Weißt du, wie schwer das Spiel eigentlich ist? Ich bin das Spiel so schwer, du merkst! Also, ja! Junge, guck mal, du kriegst halt wirklich die einfachsten Sachen aller Zeiten! Ich bin einfach besser im Spiel als du! Nur deswegen machst du auch, geh! Nee! Doch, doch, doch! So! Guck jetzt! Das Spiel ist einfach nicht schwer für mich! Guck jetzt! Ich schaff das locker einmal! Du bist, du bist, du bist! Oh, schon wieder reißen! Das hatte ich vorhin schon! Warte! Das ist nicht einfach ein Mix! Aber das hast du gerade schon einmal geschafft, oder? Ja, du musst das gut teilen! Und spring! Okay! Ja, das ist komisch immer, das geht! Alter! Let's go! Jetzt musst du auch was Schweres bekommen, endlich! Komm schon! Nein, nein, nein! Bei mir wird es einfach kommen! Doch, du musst auch was Schweres jetzt bekommen, Junge! Und! Oh, oh! Was passiert jetzt? Bitte, bitte, bitte! Nichts Schwieriges, bitte! Oh, oh, ähm... Digger, was? Wie will ich denn da durch? Ey, das kann nicht sein, Bro, dass du schon wieder sowas bekommst! Ja! Ah! Ah! Ich war doch zwischendurch! Wie soll das denn gehen? Jo, du hast dich das Glas links genommen, das war doch viel einfacher, Junge! Wie soll man da durch? Wo ist denn das Schwierigste auch noch? Ich dachte, ich schaff das locker, Bro! Und, wer hat gewonnen? Hä? Ich bin... Ne, du bist Team Rot! Ich bin Team Rot gewesen! Ja! Ja, aber, Bro, es heißt nichts, dass du jetzt gewonnen hast! Es heißt nichts! Wir spielen noch mehrere Runden, Bro! Du hast eine Runde gewonnen von vielen! Oh, 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 oh! Komm, jetzt! Bitte, bitte! Bitte! Ja! Ich springe gleich durch! Wie soll ich denn das schaffen, Bro? Wie denn? Wie denn? Du musst ganz gezielt jetzt springen! Jetzt! Ja! Was? So ein Profilevel! Nein, nein, nein! Der hat das nicht wirklich geschafft gerade! Der hat das nicht wirklich geschafft gerade! Oh, oh! Wenn du so ein Level kriegst, Bro, ist es ehrlich? Bro, 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 wie denn Pool! Ähm, warum bist du im Pool? Der Hai kommt! Das ist extra so! Du musst den Hai überleben! Hä? Ne, du bist schon raus! Ja! Ich hab gewonnen! Ja! Ich bin festgegangen, weil ich hier in dieser Wand stand! Junge, ich hab jetzt eine Runde verloren! Ich hätte eigentlich gewinnen müssen, Junge! Ich hab gewonnen, Lumix! Ja, du bist einfach schlecht in dem Spiel! Du musst jetzt auch einmal verlieren! Ich hab gebackt, Junge! Ja, das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Was ist das denn? Was ist das denn? Ah! Ah! Hä? Nein, nein, nein! Du cheatest! Nein, du cheatest! Hör auf! Das ist... Es gibt keinen Cheat! Ich hab's geschafft! Du cheatest! Nein, nein, nein! Wie hab ich das geschafft, Lumix? Das ist einfach einer der schwierigsten Level! Du hast dich sogar bewegt! Ja, guck mal, was du kriegst! Du kriegst dir Quack, Quack! Die Hände kriegst du! Und... Das schaffst du, Lumix! Wirklich Respekt an dich, Lumix! Oh mein Gott, Digga! Das war knapp! Alter! Ich hab's runtergefallen! Das war auch knapp, Junge! Holy! Hey, Manni! Das kann nicht wahr sein! Ähm... Ja, aber warte mal! Dein Name ist rot bei mir! Warte mal, du hast rot! Ich mach mal drauf! Ich hab tief mal gewonnen! Siehst du? Na, Mann! Du musst auch ein bisschen üben, Lumix! Du musst auch ein bisschen üben! Ja, jetzt steht insgesamt 1-1, würde ich sagen, oder? Nein, nein, nein! Hey! Ich steck jetzt den Boden fest! Oh, oh! Ja! Entschuldigung! Jetzt hast du einen Fehler wie du! Jetzt hast du auf den Bug! Jetzt hast du auf den Bug! Ich bin wieder oben! Ich hab mich hochgetaucht! Werdi, weil such nice, such fail much lose! Wow! Okay, okay, okay! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 nein! Ja! Juhi! Eiii! Jung, warum bist du so schlecht, Alpha? Sag mal! Warum bist du so schlecht, Bro? Ich weiß nicht! Ich bin noch gesprungen! Aber es hat mich mitgenommen! Aber warum bist du so schlecht jetzt? Sag mal! Ich weiß nicht, Bro! Ich weiß nicht! Wirklich! Ich weiß nicht! Oh! Aber jetzt weiß ich, wie das Spiel funktioniert! Das ist ungefähr! Äh, äh... Ich weiß, wo es ist! Oh mein Gott! Zweite! Na, halt! Ich bin verkackt! Das war das Zweite, Lumen! Ich hab vorhin noch gesagt, du bist so richtig schlecht im Spiel, aber das hab ich selber gerade verkackt! Ja! Hey, das war jetzt so angespannt! Warum konnte ich's nicht merken, Bro? Siehst du? Mich hast du aufgelacht, Bro! Mich hast du aufgelacht! Das kann nicht sein! Mann! Ey, du Chico, du hast dir irgendwas gekauft! Das kann nicht sein! Das ist so einfache Sachen! Oh nein, 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 nein! Ja! Du verlierst mal den einfachsten Sachen! Der kurz bewegt sich! Deswegen ist es unfair! Junge, als du bist da gerade verkackt hast, das ist schon echt ein Meisterwerk. Du hast gesehen, wie schwer das war, Lumenk! Wirklich! Das fand ich mal schwer, Bro! Doch! Oh mein Gott! Ja, perfekt, Bro! Das war's für dich, Lumenk! Karriere vorbei, Bro! Karriere vorbei! Und? Nein! Ja! Er hat es nicht geschafft! Oh, ich muss noch ein bisschen üben spielen! Nein! Mann, das ist so schwer gewesen! Hey! Nein! Oh mein Gott! Jetzt hatte ich es geschafft! Perfekt! Let's go! Komm schon, ich zeige dir kurz, wie das Spiel funktioniert, okay? Warte mal! Was? Ich glaube, ich habe gerade einen Trick rausgefunden! Jetzt sage ich dir aber nicht! Was? Robux ausgegeben? Nee, aber ich glaube, ich habe gerade einen Trick rausgefunden! Nein, 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 nein! So, doch, ich glaube, ich habe einen Trick rausgefunden, Bro! Nein, niemals, niemals! Doch, doch, ich glaube, ich habe einen Trick, Bro! Nein, es wird nicht funktionieren! Zeig dir gleich, es wird nicht funktionieren! Junge, er kriegt wieder die einfachsten Sachen hier, Bro! Es ist richtig schwer, Lumix! Das ist verliert, Bro! Ja! Ja! Ich zeige jetzt meinen Trick, Junge! Ich habe es geschafft, Lumix! Ich habe einen Trick rausgefunden, no joke! Zeig! So, und zwar... Achtung, warum habe ich das nicht früher gemacht? Was denn? So! Du schaust das nie, Mike! Wie gar nicht, was du hier gerade denkst! Nein, das geht nicht! Der Trick geht gar nicht! Trotzdem geschert! Ich habe gedacht, man kann hier aufs Gelbe vorlaufen und schon feuermäßig versuchen, wenn man verliert... Nein, 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 man kann ja nicht auf! Man muss aber auf dem roten Bereich stehen bleiben, nein! Zum Glück, aber es ist doch besser so! So, rotes Team! Ey, ich habe mehr Punkte als du! Ich habe mehr Punkte als du! Nein, 10 zu 10! Shit ja doch! Nein, guck mal, wenn du oben den Tab aufmachst, ich habe 285 Punkte, du hast 220! Ey, du hast Premium! Du hast es schon mal gespielt! Hä? Ich habe das noch nie gespielt! Shit! Ja, das ist jetzt... Nein, du cheatest aus, jetzt haben wir das Gleiche bekommen, das kann nicht sein! Guck mal, hier siehst du sogar, hier siehst du den Punktgestand, siehst du hier? Das ergibt keinen Sinn, das ergibt keinen Sinn! Ja, so, wenn ich jetzt noch einmal gewinne, dann habe ich wieder gewonnen! So, ich habe insgesamt sieben geschafft, du hast insgesamt neun geschafft, oder was? Oh, 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 nein, nicht das schon wieder, nicht das schon wieder, nicht das schon wieder! Ja, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, Jumix! Wirklich ist leider ein zu schwierig... Nein! Das heißt, du hast jetzt zehn geschafft, oder? Ja, du hast zehn geschafft, nein! Easy, Junge! So, wer ist denn in der Tab, wer? Ja, aber das war wegen dem anderen Server, weil du da schon ein bisschen gespielt hast! Hä? Hä, ich habe das noch nie gespielt, ich habe gewonnen, Junge! Nee, aber auf dem anderen Server, weil die Punkte speichern sich, glaube ich, Bro! Ja, aber da, da, also ist ja dann trotzdem, habe ich ja trotzdem nie gewonnen, weil ich ja dann trotzdem da auch besser war! Nein, 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 Junge! Du musst auch ein bisschen üben, das Spiel! Guck mal, du kommst doch einfach als andere, siehst du das? Du bist schon wieder zweimal dran! Ich gebe jetzt nochmal, oh, jetzt nochmal der High, Leute! Den Haar habe ich, glaube ich, nicht geschafft! Das ist einfach, oder? Das ist einfach! Bist du sicher? Achtung, und jetzt! Oh, oh mein Gott! Easy, Leute, hä? Wer legt sich hier mit mir an, Junge? Hä, das sind elf Punkte! Aber du darfst doch öfters spielen als ich jetzt und, Phil! Hä, was redest du? Du kommst öfter dran als ich! Du hast gerade zweimal! Das stimmt gar nicht! Doch, Bro, deswegen hast du gewonnen! Das ist schon wieder, das ist auch voll einfach! Das ist richtig schwer, das ist richtig schwer, das ist richtig schwer, das ist richtig schwer, das ist richtig schwer! Junge, du hast es ja schon das dritte Mal bekommen! Schaffe ich niemals, das ist richtig schwer, das ist richtig schwer, das ist richtig schwer! Achtspunkte habe ich! Du musst jetzt... Du musst jetzt irgendwelche Palmen durch... Du musst dreimal fällen und ich muss dreimal gewinnen! Dann hol ich dich auf! Das gewinnst du nicht mehr, Bro, das schaffst du nicht, das geht gar nicht! Doch, 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 doch! Ich habe mir jetzt einen Anzug gekauft! Ich gucke jetzt, Achtung! Den Anzug schaffe ich das! Oh, oh nein, 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 nein! Oh, das sieht schwierig aus, Lumix, das ist schwierig! Oh, mal gucken, oh, kannst du eigentlich... Pff, ja, Junge! Nein, du musst fällen, Lumix, bitte! Ey, warte mal, was ist das für ein Anzug? Und ich will auch einen Anzug, aus dem her, Alter! So ein Premium-Anzug, damit ich gewinne jetzt! Ah, lol, Anzüge! Ich kriege ein einfacheres Level, Bro, nein! Habe ich das nicht einmal geschafft? Dann kann man so besser durchspringen, glaube ich! Niemals schaffe ich das nochmal! Nein, nein! Man, ey, du musst auch eins failen! Du kriegst das ganze einfache Level! Junge, du bist perfekt! Du hast viermal Punkte, ich muss viermal failen, bitte, Bro, bitte! Und, let's go! Ja, heißt nix, heißt nix, Lumix, du hast ja nicht gewonnen! Ich habe gewonnen! Du musst nur noch viermal failen! Viermal failen musst du! Viermal, okay? Junge, Alpha, was bekomme ich eigentlich? 10.000 Robux oder was bekomme ich? Ähm... Der Gewinner kriegt heute... Alter, es ist wieder ein einfaches Level! Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht! Das steht einfach oben! Das ist einfach, Lumix! Das ist einfach! Kuck, das ist nicht einfach! Hä? Ja! Digga, nein, warte mal, das hat gebacken! Ja! Ich bin doch nicht gestrungen, Bro! Ich bin doch rückend, denn du hast irgendwas geholfen! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Du hast irgendwas geholfen! Du hast gecheatet, Bro! Du hast irgendwas gekauft! Jetzt hole ich mir die Punkte wieder! Ich hole mir die Punkte wieder, Lumix! Nein! Nein, du hast irgendwas gekauft, Bro! Das geht gar nicht! Jetzt will ich mal sehen, ob du es auch schaffst! Oh, 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 oh! Das schaffe ich nicht! Das schaffe ich nicht! Das schaffe ich nicht! Und... Let's go! Ah! Ja! Du bist viel zu spät! Ich bin... Ah, Mann! Viel zu spät gesprungen! Das ist... Mann! So gemein! Ey, ich hätte den Punkt holen müssen! Das ist ja so kacke, Alter! Hau nicht mal! Ey, Lumix, bitte! Okay, was habe ich jetzt? Ey, das schwierigste Level von allen! Ja! Ich glaube, hier muss ich einen Handstand machen, oder? Was denkst du? Muss ich den Ball da reinwerfen? Oh mein Gott, das war knapp! Hä? Wo hast du den Ball her? Zeig dir nichts! Nein, mit Tricks! Mit dem Ball gewinne ich das jetzt! Oh, 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 oh! Ja, guck mal, ich kriege hier die schwierigsten Level! Der sagt die schwierigsten! Das ist wahrscheinlich das einfachste Level, was es überhaupt gibt! Lumix, weißt du nicht, Unfair? Das ist das, was ich hier von Level mehr kriege! Ja! Er fühlt sich echt noch cool bei dem Level! Das gibt's nicht! Guck mal, hier auf der Punkte-Tafel! Ja, ich seh's! Ich seh's! Vier Punkte mehr hast du! Das darf nicht wahr sein, Leute! Das darf nicht wahr sein! Er muss feilen! Lumix muss feilen! Lumix muss feilen! Bitte feil jetzt! Bitte feil! Komm schon! Bitte schwierig ist... Yeah! Du hast gesagt, das ist einfach! Du hast gesagt, das ist einfach! Das ist auch einfach! Das ist ja auch einfach! Jetzt wirst du sehen, Lumix! Jetzt wirst du sehen, Bro! Hä? Natürlich! Das war einfach! Du bist einfach nur gesprungen, oder hast du tauchen gemacht? Natürlich! Was einfach ist! Ziger! Nein, 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 nein! Du hast bestimmt irgendwas gekauft! Du hast irgendwas gekauft! Alpha, ich habe lange niemanden mehr gesehen, der so schlecht im Spiel ist, wie du! Du hast schon irgendwas gekauft, Lumix! Ich weiß das! Aber 10! Das ist 9 natürlich! Das ist 9, natürlich! 10, Bro! Hä? Das ist 9! 10, Bro! 10, Bro! 10, Bro! Du bist eine von dem Spiel! Mann, ich habe gehofft, wir gehen jetzt 9 rein, das wäre es gewesen, die Mädchen! Nein! Nein, 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 niemals, Bro! Komm schon, bitte wieder, Schülges! Bitte, bitte! Und... Oh nein! Das war's, Lumix! Das war's, Lumix! Das war's, Bro! Diesmal schaffst du's leider nicht, Bro! Komm schon, bitte wieder, bitte! Und... Zack! Nein! Er schafft mich ganz alt, Leute! Er führt mit 5 Punkten! Ja, Bro! Ich bin ja auch kein Noob so wie du! Hä? Ich muss Roblox trainieren, Bro! Ich bin ja auch kein Noob so wie du, hä? Warte, guck mal! Ey, guck mal, wie schwere Level hier geht's schon wieder krank! Er kriegt das einfach so ein Level, was redest du? Ich schaff das niemals, Lumix! Niemals! Ich hab das nicht! Ey! Du hast runtergefallen! Nein! Aha! So, ich will jetzt mal, sie gehen zurück am Alter! So, ja, jetzt, Junge! Vier Punkte! Oh, Mann, ey! So, komm! Komm! Komm schon, Lumix! Bitte! Und, 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 und! Ja, gleich schön! Jetzt welche beweisen! Jetzt welche beweisen, Lumix! Oh nein! Nein! Und da ist er wieder, dein geliebter Fidget Spinner! Nein! Ah! Er hat falsch getaucht! Hast du gesehen? Ich hab den Boden gebackt! Junge, da hat sich hingelegt! Nein! Er legt sich hin bei dem Fidget Spinner! Das hat gebackt! Ich hab ihn nicht so hingelegt! Ich hab's so gemacht! Ich glaub's nicht! Hey, Mann, ey, Leute! Hör, was? Das ist neu! Das ist neu! Nein, ähm... Ey, du führst jetzt mit 5 Punkten, oder was? Nein! Boom, Junge! Nein! Alter, gib auf! Gib mir 10.000 Robux! Das war's mit dir! Game over! Ähm, okay, der Gewinner kriegt heute, ähm, keine Robux! Der Gewinner kriegt, ähm, 1.000, äh, 100 Likes! 100 Likes! 100 Likes! Ja! Junge, was redest du da? Wenn du gewinnst, müssen die, ähm, 100 Leute bei dir liken! Ja! Oh, das, das hab ich, glaub ich, auch geschafft schon mal! Das ist gar nicht so schwer! Ähm, Lumix, Bro, 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 Bro... Ich bin nicht für das Spiel gemacht, ich sag ehrlich! Du hast irgendwas gekauft, dass ich dir die ganze Zeit getrollt werde! Man kann hier nicht mal cheaten, Bro! Wo ist der Shop, Lumix? Sag, wo? Wo ist der Robux Shop? Hier ist kein Shop, Bro! Ich hab nicht mal gecheatet! Ich weiß, guck mal, ich kann dir Pflanzen kaufen! Oh, schon wieder sowas schwieriges, Mann! Hast du Pflanzen gekauft, Lumix? Oh, schon wieder sowas schwieriges, Mann! Zeug! Yay! Oh, man, dachtest du, ich verliere etwa, hä? Ja, ich weiß nicht, ich glaub, dein Account ist irgendwie... Jürgen, ich hab sechs Punkte mehr als das ist, ach! Wenn man auf den Server kommt, kann man mal einstellen, ob man es für einfach spielen will oder für schwer, und ich hab das einfach eingestellt! Und das blaue Team hat gewonnen, Alpha! Damit, würde ich sagen, war es das ja komplett mit dem Spiel, Bro! Warte, ich sag dir doch einmal! Wir machen jetzt Golden Match! Wer jetzt den Punkt holt, gewinnt! Der erste, der zuerst verliert, verliert das Spiel! Okay, wer zuerst verliert, der hat verloren, okay? Wer zuerst verliert, der hat verloren, okay? Nein, 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 nein! Ja, der hat mich, der hat ja gesagt! Nein, 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 ich muss jetzt gewinnen jetzt! Ich halte, kannst du nicht schaffen, tut mir leid, Bro! Nein! Ja! Ey, du musst jetzt auch verlieren! Wenn du jetzt auch verlierst, hab ich trotzdem gewonnen! Wenn du jetzt auch verlierst, hab ich trotzdem gewonnen! Nee, 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 dann machen wir so lange, bis einer gewonnen hat! Oh, oh, komm schon wieder! Ich hab doch so oder so gewonnen! Nein! Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht! Das ist so unfair! Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht! Mannes! Ja! 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 Ja, nein, nein, gleich schon, immer noch gleich schon, immer noch gleich schon! Der zuerst gewinnt... Wenn ich jetzt gewinne, hast du verloren, Bro! Wenn ich jetzt gewinne, hast du verloren, Bro! Nein, 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 weil du hast gerade auch gefehlt! Natürlich, wer zuerst gewinnt, haben wir gesagt, du Dummkopf! Nein, 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 nein! Nein, nein, die Runde geht neu los! Du hast gerade eingefailt, ich hab bis jetzt eingefailt! Ja, wenn ich jetzt gewinne und du danach verlierst, dann hab ich gewonnen! Das kann man nicht verlieren hier, was du hier machen musst! So! Das kann man, das kann man nicht verlieren, Dummkopf! Nein, 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 das geht doch nicht! So, jetzt hast du wieder einen Punkt! So, wenn du jetzt verlierst, diese Runde jetzt! Dann hab ich verloren! Dann hast du verloren! Oh nein! Wenn du das jetzt verlierst, hast du verloren! Wenn du das jetzt verlierst, hast du verloren, Bro! Oh, oh! Dummkopf! Bitte was Schwieriges! Bitte, bitte, bitte! Bitte was Schwieriges! 10.000 Robocu, Dummkopf! Bitte, Spinner! 10.000 Robocu! Er kriegt wieder sowas Einfaches, Bro! 10.000! Wobei, vielleicht... Nee, warte mal, das ist gar nicht so einfach! Das ist gar nicht so einfach! 10.000 Robocs! Ja! 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 Lumix! Einer von uns muss das gewinnen! Das bin, glaub ich, ich! Bro! Das ist... Jetzt musst du fällen! Bitte fail! Bitte fail! Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein! Bitte, Lumix! Ich muss für die Zuschauer jetzt gewinnen! So, Lumix! Jetzt verlierst du! Jetzt verlierst du! Oh! Nein, das ist einfach! Das ist einfach! Wenn ich das jetzt gewinne und du danach verlierst, dann habe ich gewonnen, ne? Ja! Und? So! Nein! Nein! Du musst jetzt verlieren! Du musst jetzt verlieren! 10.000 Robocs! Lumix! Du weißt, Bro! 10.000 Robocs sind viel! Das sind 100 Euro! 10.000 Robocs, Bro! Das sind 100 Euro! Das sind 100 Euro! 10.000 Robocs! Das sind 100 Euro, Lumix! Bitte! Blinkst dir! Ja! Der kriegt wieder sowas Einfaches! Bitte überlegst dir, Lumix! Bitte überlegst dir! Ja! Hey! Wie lang soll das noch gehen?! Mann! Komm schon! Du musst jetzt verlieren! Let's go! Bitte fehl jetzt! Du hast gesagt, das war einfach! Du hast gesagt, das war einfach! Mann! Das ist ja auch einfach! Zeig, Lumix! Zeig! Nein! Ja! Bitte! Du hast gefällt! Jetzt muss ich einmal gewinnen! Bitte, Lumix! Bitte, Lumix! Was? Ja! Was? Ja! Nein! Ja, Lumix! Wenn ich jetzt gewinne, Bro! Hab ich das Video gewonnen?! Selbst gesagt, 10.000 Robocs! Ich werde reich, Leute! Das kann nicht sein! Ich werde so viele Robocs-Videos machen! Ja! Aber das schaffe ich nicht! Das schaffe ich nicht! Das ist nicht so einfach, Bro! Das schaffe ich nicht! Niemals! Schaffe ich das! Niemals! Ey, bitte schaff's nicht! Ja! Mann! Wie lang soll das noch gehen?! Na, Bro! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Das ist doch unfair! Das ist doch unfair! Das ist doch unfair! Lumix, bitte fäh jetzt einmal! Bitte fäh jetzt einmal! Ja! Jetzt muss ich gewinnen! Hab ich gewonnen! 10.000 Robocs! Bro! Es ist immer das Flugzeug! Immer das Flugzeug! 10.000 Robocs! Bitte! Ich brauche dich! Ich brauche dich! Ich brauche dich, Lumix! Von meinen Videos! Bitte! Du musst verstehen, Lumix! Ich brauche die 10.000 Robocs! Ja! Ach Bro! Lumix! Ich glaube, das wird nichts! Es hat Spaß gemacht, Alpha! Ich bin Cheetah! Eigentlich habe ich das Video gewonnen! Lumix! Wir haben einen Golden Match gemacht! 10.000 Robocs! Gib dir auch Lumix! Beweis jetzt! Du hast zugestimmt! Wir haben einen Golden Goal gemacht! Wir haben einen Golden Goal gemacht! Wir sind keine Freunde mehr, Alpha! Das war's! Ja! Gib die Robocs, Lumix! Du kannst nicht weglaufen! Nein, ich will weglaufen! Hey! Ich gehe jetzt raus, Alpha! Ich gehe raus, Alpha! Ah! Der ist offline gegangen! Was soll das? Ich höre mir die Robocs, Leute! Ich höre mir die auf jeden Fall! Lasst einen Like, wenn euch das dir gefallen hat! Vergesst dich zu abonnieren! Keine weiteren Videos von meinem Kanal zu verpassen! Schon bei Lumix, wo wir euch sagen! Tschüss!